So und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Megacraft und ja, verklick dich hier dreimal, mach mal ruhig und ja, gerade ist mir ein bisschen mein Internet abgekackt deswegen muss ich das Ganze nochmal kurz nachkommentieren ein bisschen nachkommentieren, sondern eher jetzt nochmal kurz neu zeigen, was ich gemacht habe ähm, die Folge zeige ich dann wahrscheinlich im nächsten Stream nochmal kurz damit es halt regelkonform ist, so gut, ich habe halt hier versucht eine unendliche Wasserquelle zu machen hier das so gebaut, also ich habe hier halt viel gestreamt und habe halt hier Decke schon umgebaut das alles runtergesetzt hier ein bisschen umgebaut ja, jetzt habe ich auch ein MFSU dafür bezahle ich halt auch mehr habe ein paar Turtles hingestellt und deswegen fast 10.000 10.000, checkt das mal an, äh, Cubble Stone, dann tippe ich mich mal eben hier in Mining so, hier der Raum ist in die Länge also so, 100, ein Blatt lang und hier, keine Ahnung und das haben halt die Turtles jetzt in 20, 30 Minuten ausgehoben und ja, was haben wir sonst noch gemacht, Lars ach genau, im Hintergrund ist der X-Technik, Sadi? ja, unsere Festplatten sind auf jeden Fall fast voll Andi? ja, aber ich weiß auch nicht, was grad weiß, was klug wär? was? ich hab GEMA-Musik im Hintergrund laufen gehabt, ich hoffe, das hört man nicht sonst kriegst du sowas von Arsch-Strike jetzt hast du erst noch kurz Boxen ausgemacht, deswegen, äh Achtung, eine wichtige Durchsage äthischen Vollpfosten, ja das stimmt so irgendwie, und ja ja, wir haben einen neuen Clay, ich hab's nicht genau, das hat er grad schon gesagt, nur ja wie schön sagst du, Dark? Dark HD Dark HD ja und ich weiß nicht ja, hab ich das grad gesagt ja, bei mir kam nur Dark an aber generell, also das liegt jetzt hier grad nicht an meinem PC das kann ich schon mal garantieren das liegt hier grad anscheinend an meinem Internet ich sollte mal die Musik im Hintergrund komplett einmal ausschalten vielleicht kommt jetzt so langsam mein Internet wieder auf nach Musik schon mal raus zu tun so und genau, ich wollte mir Holz holen und ja, wir nehmen das Ganze ja genau hoffentlich ist das die Folge, bevor Nico zurückkommt demnächst müsste dann ja wieder mit Nico theoretisch sein weil der kommt nämlich in zwei Minuten ist er frühestens wieder da, meinte er aber wahrscheinlich ist er eh wieder später da naja wie immer ja so, jetzt war eben ist er auch klug, hä, ok heil gescheiße, das war laut gut also, auf jeden Fall, ich hab hier so das hin gemacht sonst hätte die Decke angefangen zu brennen das hab ich in meiner letzten Folge auch ja, hmmm und ja ich versuche mich jetzt ranzusetzen, ein Jetpack zu bekommen und dann fliege ich hier, bevor Nico wieder auf den Server kommt nochmal im Jetpack einmal rum der hat sich ja beim letzten Mal schon, als ich den, ähm Mace Rater gebaut hab, hat er gedacht, ich hätte den Mars Fabricator gebaut hat sich voll aufgeregt und nicht wundern, dass er so ne schlechte Tonqualität hier grad hat dieser komisch Typ da im Hintergrund der ist am Handy, der hat keinen PC der kann sich sowas nicht leisten nein das mit dem Runterfallen war grad auch irgendwie dumm und ja, ich hab hier halt jetzt so ne Message ich hab hier nicht deshalb wird bei MCOS gehostet ich guck noch mal, weil wir werden mit halt wir müssen die DDoS ob wir nach ähm Trado umsteigen aber wahrscheinlich eher weniger weil an MCOS gefällt mir halt man hat halt theoretisch unendlich Slots heißt ich kann sagen, ja ich brauch ähm zwei Millionen Ports das geht sogar ich hatte einen mit 21 Millionen Ports glaub ich so so Slots mein ich ähm und ja das geht halt bei den Trado nicht da hat man halt ne Slot Begrenzung und das find ich halt nicht so deswegen bin ich auch bei MCOS Vorteil natürlich bei den Trado hier läuft der Server die Zeit durchgehend ab bei den Trado wird der dann halt wenn ich den Stopp dann halt auch die Zeit so lange einfrieren naja, ich muss mich halt nochmal den Server kann ich ja eh nicht ähm so schnell wechseln weil der Server hier läuft nämlich noch 100 Tage und ja Alter ist das hier grad leicht laggy und ja nochmal warum kamen so viele Videos jetzt ähm Freitag und am Samstag Freitag kamen ja viele Videos und das war auch beabsichtigt dass viele Videos kamen weil ich hatte halt die mach mal mit den Zonen aus ich weiß nicht ob der GEMA hat ähm sorry äh auf dem Fall da weil ich die komplette Festplatte voll hatte hab ich halt ein bisschen was hochgeladen und ja Samstag war also das ist jetzt der Tag wo ich aufnehme auch war leicht unbeabsichtigt ich wollte die halt hab gedacht ich lad den für Samstag Sonntag ne Sonntag Montag Dienstag hoch ja und hab halt zwei Stück vergessen auf Planmäßig zu stellen und ja die haben sich halt direkt auf öffentlich gestellt und bis mir das aufgefallen ist konnte ich die halt nicht mal auf Planmäßig stellen da es da nur noch privat gab da hab ich mir gedacht ja lass ich mal so dann muss ich halt ein bisschen mehr aufnehmen noch dann ist es halt mal jetzt so finde ich jetzt auch nicht so schlimm Nico äh wollte ja eh jetzt wieder mit mehr aufnehmen und ich bin so viele Folgen im Voraus gegenüber ihm er hat ja erst eine oder zwei Folgen hochgeladen und ich bin jetzt bei Folge oh 20 19,20 keine Ahnung aber im Falle kurz vor den 20 weiß ich ja ist schon ein bisschen fies deswegen ich kann nur halt immer nicht aufhören mit dem Projekt das finde ich halt so geil deswegen bin ich auch wütend wenn mein Servergedeed ausgibt weil ich liebe dieses Projekt wirklich ich bin ich könnte wirklich wenn ich könnte würde ich den ganzen Tag nur noch das socken aber das geht natürlich wegen Schule und so schon nicht ja und ich hab ja gerade mal kurz Tab gedrückt ich hab hier auf dem Server nur 25 Slots also ja mehr brauche ich halt für das Projekt auch vorerst nicht und mehr braucht man auch mit dem RAM nicht also wir haben 2 GB RAM wird wahrscheinlich noch ein bisschen geupdatet das Server da lass ich mir echt was kosten und ja wahrscheinlich wird es 3,4 GB sein weil wenn wir jetzt hier Autocrafting und sowas haben Nico mit seinem Maßfabrikator vor allem ich hab hier von Vorteil ich hab hier noch von Stadt und Schankloder und er ja er kann sich sowas leider nicht leisten so boah was soll das ausreichen naja hat gerade mal ein bisschen geleckt also ja da hat jemand ja ich würde mich wohl auch gedrückt deswegen ja kann dran liegen entweder wir gerade jetzt sehr leicht gedrückt oder ich und vor allem gut dass man mit der Musik auffallen das steht vor äh ich hätte wär da mal kurz leise gewesen oder ich muss gucken ich weiß es ist ein bisschen scheiß das muss ich halt äh gucken wie das mit dem Video kommt vielleicht mach ich das dann dass ich so lange mute bin und das nachkommentieren oder so weil ist halt Gamer Musik ist halt da nicht so geil ich hab halt jetzt heute den ganzen Tag eigentlich nur gerendert das Ding da ist es mir gar nicht erst aufgefallen nicht noch Musik am Laufen hatte weil ich hab halt den ganzen Tag wo eigentlich Musik gehört ähm ja mach du mal Legy Legy das ist sehr fein was du hier machst ich glaube jetzt merkst du was ich mein ich glaube ich starte gleich nochmal ins Server neu ist mir dann egal so nochmal eben stoppen das hab ich nämlich genau in der letzten Folge auch gemacht nur dann ist halt mein Internet kurz ja weggewerden da hab ich halt gedacht bis mir das aufgefallen ist wollte ich dann halt ich muss noch sagen ja tue ich jetzt mal schnell so lang einen Cut machen weil das vergesse ich eh nachher aus so lang wegzumachen ja soll mir egal sein und vor allem ich war genau im Moment was Internet weg war am Ablauten so am Hochladen und normalerweise dauert das 10 und jetzt dauert es grad 20 mit no ja missgelaufen oder ne das liegt nicht dran boah ich hab grad schon gedacht eh nicht wieder weg vor allem sonst ist er immer dass der der Internetproblem hat naja heute hab ich schon mal hast du die ganze Zeit nicht aber jetzt ich will grad aufnehmen ja weißt du dann sagt sich das aber oder mein Incent hm der will aufnehmen mach ich jetzt mal ein bisschen schlaf schlafi und vor allem das war nur aus Internet von meinem PC was weg war Tablet lief so weiter mit der Musik er sagt dann immer hihihi fiktig dann ne ja so preparing area ok so der dürfte leider wieder online sein so was hab ich gesagt mit einem Hyping schlechtes Ping ever hatte der Rat jetzt kräfte jetzt kräfte da vor allem sich das einfach nicht ach ne doch nicht so gut wie okay die glaube ich jetzt wieder müssen oder starte nach einfach mal meinen Minecraft 9 ich glaube das wäre auch mal klug gleich mal meinen Minecraft 9 zu starten so kannst du ja mal machen werde ich auch weil denkst du ich will wie hochladen wo ich dann wie ich fast nur lecks hab aber was dann theoretisch nicht an meinem Rechner liegt und ich renne das ist ja das ich würde das verstehen würde ich jetzt wie gerade noch Videos rennen ich meine nein ich tue ja gar nichts machen außer aufnehmen ja und skypen ja aber Skype zieht nicht so viel Traffic aber wirklich ich überlege ob ich mit demnächst mein TS-Miete und dann nur noch über TS redet was bringt das hier wirklich wie ich Skype kackt ständig ab ist mir vorhin auch wieder passiert dann tut hier ähm stets ständig kacken und ja das kommt als nächstes Crash als nächstes mein PC wäre natürlich für die Folge scheiße aber zum Glück speichert Trap sieht die dann trotzdem und da aber ich würde sagen wir haben jetzt schon mal als ersten so für die Folge geschafft Dach mach ich nachher mal irgendwann jetzt entleer ich mich erstmal ein bisschen so ein Steck so ein Steck fackeln ach ich sollte mal eben die Diffy runter machen und ja hier ein bisschen flack boah war das knapp so ich hab's soll ich hinten schmalig anfangen zu bauen so so wie fern wir denn hier jetzt drei und hier dann nur einen genau so wie vorne weil dann könnte man hinten ja noch so einen kleinen Garten bauen mal eben gucken bei Nico oder ne so jetzt gucken wir erstmal inwiefern was hat mich zuletzt gezaubert und ich sollte mal eben gucken wo ist meine Zauberliste ach ich hab sie irgendwo mein Zettel kam in meiner blauen Ablage so genau mit Teilen was hat hier noch gefehlt was war das denn hier Tintransmutation das ist ein Tintransmutation Tintransmutation mein Gucken Video will noch sechs Minuten dauern okay die Kampfer noch so gerade eben Ignaas Permatatium oder was kann ich da gerade liegen bei der Sektionsmitzession ein Wormersen Tim Tintransmutation mit Teilen 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 auf Tintransmutation sehr klar bei Tintransmutation aber da hätte ich auch früher drauf kommen können naja ja und schon nochmal das nächste Rezept und mal gucken was kommt denn als nächstes ähm also brauchen wir wieder Samen ähm da hatten wir sie doch Seeds und Iron aber Iron haben wir eh genug so Permatation so 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 das war vollstern klicken und wir haben die nächste Chance mit täglichen so dann brauchen wir selber Transmitation ich will mich heute wenigstens noch um es schaffen jetzt ich hab mich gerne Samenmeer das hat sich falsch er gehört das ist nicht der Koffe jetzt auch umstellen sollen und nun wird schnell gegangen aber naja, Klugheit lässt bei mir nicht so viel größer Samen Eisen und Schatz so, Flaxis dürften noch Permatatio auch haben genau und Schatz nämlich erstmal die Earth-Schatz weil die haben nämlich genug glaube ich mal und eilen und wir haben das nächste Rezept so was bräuchte ich jetzt Kabel Kohle Samen Samen also Kabel habe ich glaube ich genug sowas hat noch gesagt Kuh Kuhl Kuhl habe ich auch vorerst genug so dann was hab ich gesagt Kuhl nicht keine Kohle was blicken versuchen wir es mal mit Eisen das ah ok jetzt weiß ich was es ist Lead Lead wo ist denn Lead Transmitation da kann ich auch mal eben hier gucken da Permatatio Machilom und Farkus ok mein und nur ein Puppen was war es denn jetzt Lead Lead habe ich ja sogar so genau so genau so ja da jetzt wird es das was ist das auch nicht was es soll naja trotzdem erstmal Kabel wieder Kampone jetzt ist es das was es soll so aber dann würde ich sagen ist es auch die das letzte für jetzt erst mal für mal gucken inwiefern bin ich jetzt fähig oder machen wir noch Kraft und Täter Kabel ja das können wir auch nochmal eben schnell machen einst der Kraft im Täter und so viel wollte ich eigentlich gar nicht haben aber ok kann man ja eh irgendwann nochmal gebrauchen ok Magical ist das das hier dann brauchen wir Kobel Kabel Iron und Schatz und jetzt haben wir das letzte Rezept dann würde ich sagen mache ich jetzt doch noch eine Folge an den Wunst in der nächsten Folge bis zum nächsten Mal und schau so ich so ich so ich ich